Norddeutscher Rundfunk 2021 Geht mal so? Schau so... Die Schwinnigkeit passt, da kann ich nach rechts ausschwenken. Sonst geht es nur eine Seite. Jetzt hab ich jetzt ein Mikro, will ich drüben was sagen? So, jetzt kommen wir mal die Oldtimer, jetzt gehen wir langsam in die Käfer-Szene. Jetzt kommt ein kolder Käfer. Das sind jetzt die Pfarrer. Weizler! Wo siehst du? Ja. Da muss ich schon dazuschreiben, dass die in einem ganz hart gefederten Fahrzeug gesessen wird. Da sind ein paar Stöße drin. Das ist ja so. 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 Das ist ja also so. Ihr Käfer wird heuer verlost. Beim Käfer treffen Kerchen wird ihn unter Donau. Jetzt hab ich schon fotografiert. Was ist das? Ja? Ein Unfall. Ich fahr jetzt rum. Meine Frau ist in der Halle drinnen an der Kurhertegen. Gut, schauen wir noch mal rein. Geh weg über den Schirm. Die Karte ist in der Fall. Ich habe die Karte nicht mehr. Die Karte ist in der Fall. Die Karte ist in der Fall. Die Karte ist in der Fall. Einen vom Willi-Chip her, weißt du, dass ich alles anders mache? Nein, da ist aus den Strömern gerannt. Das ist 40 Meter vorbei. Kilometer geht. Oh, ja, weißt du. Vielen Dank.